Herzlich Willkommen bei Amazonas Becken EU. Heute berichte ich aus dem Sea Life Hannover und möchte euch hier einen Teil der südamerikanischen Aquarien zeigen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ein Rochen, der an der Oberfläche entlang schwimmt, das sieht man nicht alle Tage. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.